Hallo, was machen Sachen? Heute mal ein ganz anderes Video. Ich habe ein Paket gekriegt von dem Kumi. Sein Dings habe ich zugeklebt, aus Sicherheitsgründen. Bei mir ist halt eh nur eine Packstation, also macht sich das nichts. Das wollen wir jetzt mal aufmachen, oder? Mal gucken, was da drin ist. Ein ganz kleines. Ist gut zugeklebt, mit ganz viel Krepband. Mal gucken, wo wir anfangen. Haben wir hier irgendwo einen Anfang, eine Kante oder sowas. Ich will auch nichts kaputt schneiden, einfach mitten reinschneiden. Wäre auch so. Ich glaube, das war die Miete, war keine Kante. Ah, hier ist was. Da passt das Messer rein. Oh, hier ist ein Puzzlespiel. Geht es hier weiter? Geht es zu? Da ist zu. Ja, war der Karton durch. Du, dick laut. Was werden wir wohl da haben? Mein Sohn. Mein T-Shirt. Ups. Falsch rum. So. Die liebe Kumi hat mein T-Shirt. Warte mal. Ich geh mal ein Stück zurück. Ich habe mein T-Shirt. Voll cool, oder? Danke, Kumi. Echt lieb von dir. Ich geh mal den Karton weg. Ich ziehe es jetzt einfach mal drüber. Ist ja egal. Ich habe das T-Shirt. Aufstück zurück. So, guck. 1A-T-Shirt. Kann sogar sitzen bleiben. Nice. Danke, danke, danke. Ist echt lieb von dir. Und auch vielen, vielen Dank, dass du mich unter Patreon unterstützt. Mein erster Patreon, wie man es auch nennen möge. Ist echt lieb von dir. Dankeschön. Und euch allen auch einen schönen Tag noch. Man sieht sich.